Ja hallo ihr Lieben, jetzt sind wir bald mitten im Sommerloch, die festlose Zeit beginnt und es gibt erstmal keine Rohfeste bis... ach ich weiß gar nicht genau. Ja, was spielt man da? Vielleicht ein Scherzo oder ein Scherzoso von dem US-amerikanischen Komponisten James Hodgkiss Rogers. Das ist doch mal ein schöner Mittelname, oder? Hodgkiss. Der hat gelebt von 1857 bis 1940 und hat unter anderem auch bei Gilmont und Vidor studiert und ich glaube, das kann man dem Stück ganz gut anhören. Macht's gut, euch noch einen schönen Sonntag, bleibt gesund bis wir uns wiedersehen. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020